Uthman ibn Madh'un, einer der ersten, die nach Habascha, nach Abyssinien ausgewandert sind und der erste Sahabi, der in Medina gestorben ist, von dem Muhajirun, der in Al-Baqih beerdigt wurde. Und Uthman ibn Madh'un, eines Tages kam ein gewisser Scha'ir, ein gewisser Poet namens Labid und er hat etwas gesagt im Schirr, was gegen die Botschaft Allah ist und er sagt, Kedzebt. Weil er sagte, dieser Scha'ir, dieser Poet sagte, jede Niama wird vergehen. Und da sagte Uthman zu ihm, man muss sich das vorstellen, wie ein Konzert war das ungefähr. Damals kam ein berühmter Poet und alle standen dort und Uthman ibn Madh'un wollte selber zuhören und er hört, dass er sagt, jede Niama wird vergehen. Er sagt, Kedzebt, du hast gelogen. Für allen Leuten. Und dann sagt er, die Niama vom Jannah, die wird nicht vergehen. Weil Allah hat die für die ewige Belohnung für die Gläubigen, weil Allah das Paradies als ewige Belohnung für die Gläubigen vorbereitet hat. Er sagt, Kedzebt, die Niama, die Gnade, die Gabe vom Jannah, vom Paradies wird nicht vergehen. Und dieser Scha'ir ist schockiert. Er sagt zu den Leuten, wird man jetzt so hier bei euch behandelt? Hier bei euch unter dem Koraysch, hier in Mekka. Und daraufhin kam es zu einer Schlägerei. Und Uthman ibn Madh'un wurde am Auge verletzt, beziehungsweise verlor sein Auge, wird auch gesagt. Später sagt er wahrlich, mein gesundes Auge ist neidisch auf das kaputte Auge, was es auf dem Weg Allahs erlitten hat. Das ist die Einstellung, die man haben muss.